Heute hast du die einmalige Gelegenheit in meine Zukunft zu blicken. Ich habe mir einen Glückskeks, nein, einen Pechkeks gekauft. Wir wollen mal sehen, was der über meine Zukunft sagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, wer weiß, was meine Zukunft für mich bereich gehalten hätte, hätte ich den Keks nicht zerdrückt. Eins ist aber sicher, ich könnte den Keks jetzt nicht mampfen und der ist wirklich leckerer als die herkömmlichen generischen Glückskeks, die man sonst so bekommt.